Und wir werfen jetzt einen Blick auf die wichtigsten Nachrichten des Vormittags kurz und knapp in unserem News-Update zusammengefasst. Den veröffentlichten Chats zwischen dem ehemaligen ÖVP-Justizminister und jetzigen Höchstrichter Wolfgang Brandstetter und dem suspendierten Sektionschef im Justizministerium Christian Pilnercheck legt Brandstetter mit Ende des Monats sein Amt nieder. Brandstetter steht als Verfassungsrichter schon länger in der Kritik, weil gegen ihn wegen des Verdachts der Verletzung des Amtsgeheimnisses ermittelt wird. 32 Jahre nach der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung wird es in China und auch in der Sonderverwaltungszone Hongkong kein offizielles Gedenken geben. Am 4. Juni 1989 wurden damals tausende Menschen beim Massaker am Tiananmenplatz getötet. Offiziell verbieten die Behörden die Gedenkveranstaltung wegen der Corona-Pandemie. Kritiker vermuten politische Motive dahinter. Die bekannte Demokratieaktivistin und Juristin sowie Organisatorin des Gedenkens in Hongkong, Chao Hang-Tung, wird von der Polizei festgenommen. US-Präsident Joe Biden verschärft das Vorgehen gegen chinesische Firmen mit angeblichen Verbindungen zum Militär der Volksrepublik. Biden unterzeichnet am Donnerstag eine Verfügung, auf der sich 59 chinesische Firmen befinden. US-Amerikanern soll es ab August dann verboten sein, in diese Firmen zu investieren. Die USA werfen den Unternehmen unter anderem vor, mit dem chinesischen Überwachungsapparat zu kooperieren. Die Finanzminister der sieben führenden Industrieländer treffen sich ab heute in London. Sie wollen sich bei ihrem ersten persönlichen Treffen seit 2019 vor allem der Digitalsteuer widmen. Internetriesen wie Amazon oder Google sollen wie bisher nicht nur am Firmensitz, sondern auch dort, wo sie Umsätze erzielen, Steuern zahlen. Es wird heute überall sonnig und sehr warm. Nach Osten hin bleibt der Himmel sogar überwiegend wolkenlos. Über den Bergen West- und Südösterreichs gibt es am Nachmittag hingegen stärkere Quellwolken und ein paar Gewitter. Der Wind ist meist nur schwach und es wird frühsommerlich warm. Die Temperaturen erreichen 25 bis 29 Grad. Untertitelung des ZDF für funk, 2017